Hi an alle da draußen. Wir sind heute zu viert und jeder von uns ist in seinem Homeoffice und uns ist wahnsinnig langweilig. Und darum haben wir uns ein neues Spiel ausgedacht. Wir hoffen, das gefällt euch und ihr könnt es ganz gleich mit euren Familienmitgliedern spielen. Es heißt, was ich? Nein. Du. Du. Was ich? Nein. Du. Wär ich? Nein. Du. Was ich? Nein. Du. Was ich? Nein. Ah, du. Nein, du. Du. Ich. Nee. Nee, 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 nee. Ich nicht. Du. Was, ich? Nein, 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 nein. Du. Was? Ich? Nein. Du. Ich? Niemals. So, was mach ich nicht. Sie war's. Ich? Nee, ich nicht. Du. Was? Ich. Nein, du. Was, ich? Nein. Du. Ich schon wieder? Nee. Ah, ah, ah. Die. Du. Ich nicht. Ähm, er war's. Ich? Also, Entschuldigung. Ganz sicher nicht. Ich war's nicht. Es war Sie. Was, ich jetzt schon wieder. Das bleibt ja immer alles an mir hängen. Oder. So könnt ihr das Spiel unendlich spielen, bis endlich mal ein Schuldiger gefunden ist, könnten Stunden vergehen. Und, ähm, ähm, ich glaub, das wollen wir, oder, dass die Zeit lustig vergeht. So, dann wünsch ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Äh, und wir sehen uns sicher bald wieder mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Gut, bis bald. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020